IE Industrial Engineering Group. Das sind 80 Bau- und Betriebsplaner, Architekten, Wirtschafts- und Maschineningenieure, Logistik- und Gebäudetechnikexperten. Alle Mitarbeiter sind am Unternehmen beteiligt. Entsprechend hoch ist die Motivation und Eigeninitiative der IE Teams. Die IE Gruppe unterstützt die Industrie mit Betriebs- und Bauplanung aus einem Guss. Das Unternehmen entstand vor rund 50 Jahren und geniesst in der Schweiz, in Deutschland und Österreich einen hervorragenden Ruf. Die IE Gruppe verfügt über spezifisches Branchenwissen. Sie plant, gestaltet und realisiert Produktionsstätten für die Lebensmittel- und Kunststoffindustrie, für die grafische Industrie sowie für Unternehmen aus den Bereichen Life Science und Hightech. Die IE Gruppe hat sich aus einem Branchenbedürfnis heraus spezialisiert. Begonnen mit der Branche Graphic kamen wir über Plast, Food und Life Science zu Technology, wo wir die Hightech-Industrie mit massgeschneiderten Industriegebäuden versorgen. Ein Industriebau ist weit mehr als ein architektonisches Konstrukt. Denn das Gebäudekonzept hat grossen Einfluss auf die Effizienz und Effektivität der Produktion. Deshalb setzen sich die Planer der IE Gruppe intensiv mit den Produktions- und Logistikprozessen des Kunden auseinander. Sie entwickeln ein umfassendes, projektspezifisches Verständnis, das auch Haustechnik und Architektur mit einbezieht. So entstehen Lösungen, die eine deutliche Steigerung der betrieblichen Effizienz bewirken. Dies auch bei der Erweiterung bestehender, historisch gewachsener Strukturen und unter anspruchsvollen Arealbedingungen. Unsere Masterplan-Methodik verfolgt einen prozessorientierten Ansatz. Dabei gelingt es uns auch bei ungünstigen Grundstücken, einen idealen Masterplan zu erarbeiten, der sich auch dann in Etappen bei laufend Betrieb umsetzen lässt. Bei der IE sind alle Mitarbeiter beteiligt mittels der Aktien an der IE Gruppe, was sich durchaus positiv auf die Motivation auswirkt für das Generationenmodell und auch für einen ganz geringen Fluktuationsrat. Der von IE praktizierte ganzheitliche Planungsansatz findet Resonanz. Bedeutende Industrieunternehmen wie Nestle, Coop, Tamedia oder B. Braun, aber auch renommierte KMU wie Georg Utz, Leuthold-Mechanik und viele weitere bauen ihre Zukunft mit IE-Planungs-Know-how und setzen auf das Label – Engineered by IE. E-Plan-Methodik E-Plan-Methodik E-Plan-Methodik